Wir konnten jetzt durch den Minimalismus und durch unseren Lebenswandeln wirklich anfangen, Geld zu sparen. Wir sind so halb Minimalisten, halb Frugalisten. Wir wohnen auf 30 Quadratmeter, wo sich auch viele drüber erschrecken, wenn sie das mitkriegen, dass wir so klein wohnen. Es ist für mich kein Verzicht, sondern eine andere Lebensform. Das waren die letzten zwölf Monate, 1650 pro Monat. Aber ich denke, dass wir jetzt die letzten sechs Monate nochmal aufrechnen würden. Gut. 1408? Schön. Starke Leistung. Das ist schon eng, weil wir können zwei Räume haben. Also das ist schon manchmal anstrengend, freundlich gesagt.